Die Schlingnatter, auch Glattnatter genannt, ist eine zur Familie der Nattern gehörende, recht kleine und unscheinbare Schlangenart, die in weiten Teilen Europas und im westlichen Asien vorkommt. Auch in Mitteleuropa ist sie weit verbreitet. Für den Menschen ist diese ungiftige Schlange völlig harmlos. Nicht selten wird sie allerdings mit der Kreuzsotter verwechselt. Beide Arten stehen in vielen Ländern unter Naturschutz und dürfen weder verfolgt noch gefangen werden. Etymologie Der Name Schlingnatter geht auf das Verhalten zurück, dass größere Beutetiere umschlungen und erstickt werden, bevor sie gefressen werden. An die glatte, ungekehlte Beschuppung erinnert die Bezeichnung Glattnatter. Seltener findet der Name Haselnatter Verwendung. Dieser wurde möglicherweise durch die braune Farbe der Rückenfleckung inspiriert. Daneben gibt es weitere regionale oder veraltete Trivialnamen, unter anderem Kupferschlange, österreichische Natter, braune Herzschlange und Fleckennatter. Der heute gültige wissenschaftliche Name Koronella Austriaka wurde aus der mitunter Herz- oder kronenförmigen Hinterkopfzeichnung, so wie der, Herkunft der zuerst von Laurenzie beschriebenen Exemplare abgeleitet. Merkmale Körperbauschlingnattern sind recht zierliche, schlanke Schlangen, sie erreichen eine Körperlänge von etwa 60 bis 75 gelegentlich. Ein Größenunterschied zwischen den Geschlechtern ist nicht signifikant. Der Schwanz macht etwa 12 bis 25 Prozent der Gesamtlänge aus. Er verjüngt sich gleichmäßig und endet mehr oder weniger spitz. Das Körpergewicht durchschnittlich großer Tiere liegt im Mittel bei etwa 50 bis 80 Gramm, nur selten werden Gewichte über 100 Gramm genannt. Höhere Gewichte erreichen insbesondere große Weibchen, die zugleich trächtig sind. Der Körper ist walzenförmig, wobei der vordere und der hintere Abschnitt einen geringeren Durchmesser haben als die Mitte. Der Übergang vom schmaleren Hals zum breiteren Kopf ist fließend, der Oberkopf ist abgeflacht, die Seiten und die Spitze der Schnauze sind rundlich. Die Augen sind relativ klein und weisen eine runde Pupille auf die Iris ist bräunlich, zwischen Auge und Nasenloch verläuft eine Längsfeuche. Im Oberkiefer befinden sich 12 bis 16 Zähne, die schlundwärts etwas an Länge zunehmen, während die gleiche Anzahl unter Kieferzähne alle ähnlich lang sind. Hinsichtlich der Kopf- und Körperbeschoppung sind unter anderem folgende Eigenschaften zu nennen. Es bestehen jederseits sieben Oberlippenschilde und acht bis neun Unterlippenschilde. Das Schnauzenschild ist groß und reicht bis zwischen die Nasenlöcher. Es schiebt sich dabei, im Gegensatz zur Girondischen Glattnatter, keilförmig zwischen die Internasalia, wodurch diese eine Schmetterlingsform erhalten. Die Nasenlöcher sitzen mittig in den Nasalen. Die größten Schilder des Oberkopfes sind die beiden länglichen Perialia. Die Körperschuppen sind glatt, besitzen also keinen Kiel. Direkt hinter dem Kopf sind sie eher rundlich und klein. Schwanzwärts werden sie länglich und enden mehr oder weniger zugespitzt. Am Schwanz weisen sie eine fünf- bis sechseckige Form auf und an den Körperseiten sind sie breiter als auf dem Rücken. In der Körpermitte bestehen die Querreihen aus jeweils 19 Schuppen. Bauchschienen sind zwischen 150 und 190 vorhanden, Schwanzschilderpaare zwischen 40 und 70. Das Analschild ist meistgeteilt. Färbung und Zeichnung Die Grundfarbung der Oberseite ist grau, graubraun, bräunlich oder rötlich-braun. Bei Männchen dominieren braune bis rötliche Farbtöne, während die Weibchen oft eher grau sind. Jedoch ist die Färbung kein völlig eindeutiges Unterscheidungsmerkmal für die Geschlechter. An den Kopfseiten befindet sich je ein charakteristischer dunkelbrauner Streifen, der vom Nasenloch über das Auge bis zum Mundwinkel verläuft. Häufig setzt er sich auch noch bis auf die Seite des Halses fort, von wo er in kleine Einzelflecke übergeht. Auf der Kopfoberseite fällt ein Herz- bzw. Ufeisenförmiger dunkler Fleck auf der sich häufig in zwei Längsstreifen auf dem Rücken fortsetzt, um sich schließlich meistens in zwei Fleckenreihen aufzulösen. Schwanzwärts werden diese Flecken immer undeutlicher. Gelegentlich können die Flecken auch zu Querstreifen verschmelzen. Bei aller Variabilität des dorsalen Fleckenmusters weist die Schlingnatter aber kein Zickzackbend auf, wie es Kreuzottern haben. Jedoch kann durch Bewegungen der Schlange ein solcher Eindruck entstehen. Die Bauchseite ist nie wie bei der Ringnatter gelblich-weiß, sondern es herrschen auch hier verschiedene Braun- und Grautöne vor, oft mit einer lebhaften dunklen Sprenkelung versehen. Die Schwanzunterseite kann gelegentlich schwarz sein. Kopfunterseite und Oberkieferrand sind hell und mit feinen schwärzlichen Punkten und Strichen übersät. Jungtiere haben zunächst sehr oft eine einfarbig-ziegelrote Unterseite. Sie zeichnen sich ferner durch eine dunklere, kontrastreichere Fleckenzeichnung auf dem Rücken sowie durch eine matt-schwarze Kopfoberseite aus. Verbreitung Die Schlingnatter ist in Europa weit verbreitet und erreicht auch Teile Westasiens. Sie kommt vom Norden der ebayischen Halbinsel über den Süden Englands, West-, Mittel- und Osteuropa ostwärts bis weit in Russland und am Nordwestrand Kasachstans vor. Im Süden werden neben Nordportugal und Spanien auch Italien, die gesamte Balkan-Halbinsel, der Nordteil Anatoliens, Kaukasien und der Nordwestzipfel des Iran besiedelt. Die nördlichsten Vorkommen befinden sich neben dem europäischen Teil Russlands in Südnorwegen, Süd- und Mittelschweden sowie auf den finnischen Orland-Inseln. Das skandinavische Verbreitungsgebiet ist heute vom Rest des Areals isoliert, nachdem die Art in Dänemark ausgestorben ist. Die vertikale Verbreitung reicht von Meereshöhle bis auf 2200 Meter im bulgarischen Rieler Gebirge bzw. 3000 Meter im Kaukasus. In der Schweiz, in Österreich und Deutschland ist die Schlingnatter ebenfalls weit verbreitet, aber nicht flächendeckend vertreten. In der Schweiz gilt die Art als die Schlange mit dem größten Verbreitungsgebiet, wobei aber die Fundpunktdichte lokal sehr stark variiert und zudem in den letzten Jahrzehnten erhebliche Bestandsrückgänge zu konstatieren waren. Der höchstgelegene Nachweis in den Zentralalpen liegt auf 2100 Metern. Im Hochgebirge werden nur die Südflanken der Berge besiedelt. Im Mittelland sind es vor allem die Canyons, Talböden und Hänge am Rand der Molasseberge und der Hügelgebiete. Für Österreich stellt sich die Situation wohl ähnlich dar. Hier liegen Höhenangaben bis maximal 1800 Meter vor. In Deutschland liegt der Verbreitungsschwerpunkt der Schlingnatter in wärmebegünstigten Mittelgebirgsregionen Südwest-, Süd- und Südostdeutschlands. Während sich das Areal nach Norden hin immer mehr in des Jungte Teilgebiete auflöst und die Populations starken Abnehmen. In weiten Bereichen Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommern fehlt die Art gänzlich. Ansonsten werden im norddeutschen Tiefland vor allem die Heide- und Sandgebiete Brandenburgs, Teile des vor allem mittelniedersächsischen Geest- und Moartieflands sowie der westfälischen Bucht besiedelt. Ein mehr oder weniger geschlossenes Areal findet sich in den Mittelgebirgslagen West- und Südwestdeutschlands. Im Rhein-Main-Gebiet handelt es sich um die häufigste Schlangenart. Des Weiteren kommt die Art regelmäßiger unter anderem im fränkischen Jura und angrenzenden Moschelkalkgebieten im Thüringer Becken, im Dresdner Elbtal und in der Oberlausitz vor. Im Schwarzwald werden Höhen bis 1110 m nn bewohnt, im Bayerischen Wald bis 850 m. In den Berchtesgadener Alpen werden auch hochmontane Lagen von 1300 m erreicht. Im Alpenvorland weisen vor allem die großen Flusstähler Vorkommen auf, während ansonsten größere Verbreitungslücken bestehen. Unterarten Derzeit werden drei Unterarten der Schlingnatter unterschieden. Neben der Nominatform, die den größten Teil des Areals einnimmt, sind dies Koronella Austriaca Akutirostris in Nordportugal und Spanien sowie Koronella Austriaca Fitzeringi in Süditalien und Sizilien. Der Unterartstatus der letztgenannten wird von manchen Autoren allerdings angezweifelt. Lebensräume Die Schlingnatter ist eine Xerothermophile Tierart, die je nach Region ein recht breites Spektrum von Biotoptypen besiedelt. Während etwa in Norddeutschland, den Niederlanden und Südengland Sandteiden, Magerrasen sowie trockene Hochmau- und Waldränder wichtige Lebensräume darstellen, sind es in den mitteleuropäischen Mittelgebirgen vor allem wärmebegünstigte Hanglagen mit Mager- und Trockenrasen, Geröllhalden, Trockenmauern und aufgegebenem Rebgelände, in höheren Mittelgebirgslagen. In Ostbayern oder auch in Südschweden bilden besonnte Waldränder in Nachbarschaft von extensiv bewirtschafteten Wiesen, Gebüschsäume, Hecken, Waldschläge, Felsheiden, halbverbuschte Magerrasen und Böschungen das Biotop-Spektrum der Schlingnatter. Im Alpenraum wird eine Vielzahl von offenen bis halbhoffenden Lebensräumen in wärmebegünstigten Lagen besiedelt. Dazu kommen überall anthropogene Sonderstandorte wie Bahndämme und Steinbrüche. Gelegentlich finden sich Schlingner dann auch an naturnah strukturierten Siedlungsrändern von Dörfern und Städten. Allen Lebensräumen gemein ist ein mosaikatiger, kleinräumiger Wechsel aus offenen, niedrig bewachsenen und teils gehölzdominierten Standorten und eine hohe Kleinstruktur und Unterschlupfdichte. Im gleichen Habitat kommen meist auch viele Eidechsen und Blindschleichen vor. Gelegentlich tritt zudem die Kreuzhutter sind ob auf. Lebensweise In Mitteleuropa können Schlingner dann regelmäßig etwa zwischen April und Oktober beobachtet werden. Gelegentlich auch früher und später. Die Winterstarre verbringen sie in kleinsäuger Erdhöhlen, Hohlräumen zwischen Steinen und ähnlichen frostsicheren Örtlichkeiten. Spätestens im Mai ist meistens ein erstes Aktivitätsmaximum zu verzeichnen. In dieser Phase kommt es zu den meisten Paarungen und zur ersten Häutung. Tageszeitlich sind die Schlangen je nach äußeren Temperaturen am Morgen bzw. Vormittag und am Abend oder um Mittag aktiv, um sich zwecks Thermoregulation der Sonnenstrahlung auszusetzen. Nachts bei großer Hitze oder kühlem, regnerischem Wetter ziehen sie sich an ihre Ruheplätze zurück. Ein Individuum kann ein mehrere Hektar großes Revier haben, innerhalb dessen es größere jahreszeitliche Wanderungen vornimmt. Andererseits wird die Art als ausgesprochen ortstreu charakterisiert. Schlingnertan verharren oft regungslos und vertrauen darauf, dass sie die unscheinbare Färbung und das Fleckenmuster optisch mit der Umgebung verschmelzen lässt. Fühlen sie sich ohne Fluchtmöglichkeit in die Enge getrieben und bedroht. Ringeln sie sich tellerförmig zusammen und heben den Vorderkörper esförmig an. Zischlaute geben sie dabei nur selten von sich. In fortgesetzter Bedrängnis versuchen sie den Angreifer auch sehr oft zu beißen. In dem Fall lässt die Schlange nicht sofort wieder los, sondern führt mitunter kauende Bewegungen durch. Beim Menschen hinterlassen die kleinen Zähnchen aber nicht mehr als ein paar Kratzer. Gelegentlich schnellen die Tiere blitzschnell vor, ohne ihr Maul zu öffnen. Bei solchen Scheinangriffen kommt es also nicht zu einem wirklichen Biss. Schließlich kann, wie bei allen Nattern, aus den Analdrüsen ein scharf riechendes Sekret abgesondert werden. Zu ihren Fressfeinden gehören Öltis, Steinmutter, Igel und diverse Greifvögel. Den Jungtieren stellen auch Rabenvögel nach. Sie selbst erbeuten in erster Linie Eidechsen und deren Eier bzw. Jungtiere sowie Blindschleichen. Daneben auch Jungschlangen, Nestjunge und erwachsene Spitzmäuse, Wühlmäuse und Langschwanzmäuse. Unregelmäßig können ferner Knoblauchkröten, große Insekten, Nestjungevögel und Vogeleier sowie Regenwürmer zum Nahrungsspektrum gehören. Größere Beute wird visuell geortet, verfolgt, mit den Kiefern gepackt und vor dem Verschlingen erwürgt. Dazu windet sich die Schlange mit ihrem Körper eng um das Opfer, Fortpflanzung und Individualentwicklung. Zur Paarungszeit im späten Frühjahr verhalten sich die Männchen gegenüber Artgenossen sehr aggressiv und beißfreudig. Bei regelrechten Ringkämpfen mit anderen Männchen kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Auch das Weibchen wird während der Paarung manchmal in den Nacken oder Hals gebissen und dabei umschlungen. Zuvor gibt es ein ritualisiertes Vorspiel mit Züngeln, Kopfnicken und Bekriechen des Weibchens. Die Dauer der Copula reicht von 20 Minuten bis zu mehreren Stunden. Die Tragzeit dauert durchschnittlich vier bis fünf Monate, sodass in Mitteleuropa meistens zwischen Mitte August und Ende September die Jungen geboren werden. Anders als etwa die Ringelnatter legt die Schlingelnatter keine Eier, sondern ist lebend gebärend. Genauer gesagt befinden sich die Jungtiere bei der Geburt noch in einer dünnen Eihülle, die sie anschließend durch Körperwindungen sofort durchstoßen. Jedes Weibchen gebiert zwischen drei und 15 Jungen, je nach Größe der Mutter. Die meisten Weibchen legen im Folgejahr eine Fortpflanzungspause ein, manchmal treten aber auch jährliche oder dreijährige Intervalle auf. Die Jungen sind bei der Geburt zwischen 12 und 1 und 20 Zentimetern lang. Kurze Zeit später kommt es zur ersten Häutung und sie gehen auf Nahrungssuche. Innerhalb des zweiten Lebensjahres verdoppeln sie etwa ihre Anfangslänge, um im dritten Jahr eine Größe von 30 bis 40 Zentimeter zu erreichen. Im dritten oder vierten Lebensjahr erfolgt bei einer Länge von 40 bis 50 Zentimeter die Geschlechtsreife. Danach geht das Körperwachstum verlangsamt weiter. Innerhalb eines Jahres kommt es bei adulten Tieren zu ungefähr zwei bis sechs Häutungen. Als individuelles Höchstalter für Schlingnattern werden etwa 20 Jahre angenommen. Gefährdung und Schutz Die Schlingnatter steht in vielen Ländern streng unter Naturschutz und darf weder gefangen noch gar getötet werden. Dennoch kommt es immer noch vor, dass dieses für den Menschen absolut harmlose Tier erschlagen wird, als vermeintlich gefährliche Giftschlange oder aus einem unterschwelligen Schlangenhass. Zwar werden viele Reptilien, selbst die Blindschleiche, aus Unkenntnis für bedrohlich gehalten. Aber bei der Schlingnatter ist eine Verwechslungsmöglichkeit mit der Kreuzsorter besonders groß. Für verschiedene Regionen werden starke Bestandsrückgänge der Schlingnatter innerhalb der letzten Jahrzehnte festgestellt. Die Hauptgefährdung geht dabei allerdings von Lebensraumzerstörungen aus. Durch die intensive Nutzung der mitteleuropäischen Kulturlandschaft und falsch verstandenen Ordnungssinn sind viele für die Schlingnatter und andere Reptilien wichtige Biotope beseitigt oder entwertet worden. Nahezu überall gab und gibt es den Trend abwechslungsreiche, unaufgeräumte Landschaft in großflächige, strukturarme, oft überdüngte Wirtschaftsflächen umzuwandeln. Dabei wurden Hecken, Staudenfluren, Felskupen, Lesesteinhaufen, Trockenmauern und andere Kleinstrukturen beseitigt, Randstreifen und Übergangsbiotope begradigt. Verbliebene Biotopeinseln und Streifen sind oft zu klein und liegen isoliert voneinander, werden entweder gar nicht gepflegt oder aber zu intensiv. Dazu kommen weitere Faktoren wie fortschreitender Flächenverbrauch durch Siedlungs- und Straßenbau, das Verfüllen von Steinbrüchen, der Einsatz von Pestiziden, lokal auch häufige Störungen der Schlangen durch Freizeitbetrieb, freilaufende Hunde oder streunende Katzen. Gesetzlicher Schutzstatus FFH-Richtlinie Anhang IV Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt Nationale Rote Liste Einstufungen Rote Liste Bundesrepublik Deutschland 3 gefährdet Rote Liste Österreichs WU Rote Liste der Schweiz WU